Hallöchen liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute packen wir zusammen etwas aus. Mich hat ein riesiges Paket erreicht und der Ursprung liegt bei meiner lieben Freundin Anka, die ein All-in-Wanderpaket ins Leben gerufen hat. Ja, das ist hier auch wunderbar notiert. Hier finden wir die Spielregeln, die Gedanken und so weiter von ihr. Auch wer schon sich was rausgenommen hat, was dafür reingenommen wurde und so weiter. Das finde ich richtig, richtig cool. Ich freue mich, dass ich diesmal dabei sein darf. Es ist wahnsinnig gefüllt und wer Lust hat, da einfach mal mit dabei zu sein, ich verlinke den Kanal von der lieben Anka natürlich unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, meldet euch bei ihr, dass ihr dabei sein wollt. Man muss nicht YouTuber, Booktuber, Instagramer oder irgendwas sein. Man kann auch einfach nur ein normaler Mensch sein. Also es ist wirklich ein Community-Paket. Es muss kein Video gedreht werden, keine Fotos gemacht werden. Jeder kann mitmachen. Also wenn ihr da Lust habt, findet ihr Ankers Kanal unten in der Infobox. Schaut da gerne mal rein. Und es waren irgendwie gefühlt zwei Seiten mit Dingen, die hier drin waren. Liebster Anka, allein was du wahrscheinlich für eine Zeit gebraucht hast, um aufzuschreiben, was, wie und wo. Also, ja, das ist natürlich schon irre. Wer war denn hier zuletzt drin? Ich weiß gar nicht, wo es jetzt herkam. Station 5. Station 5. Ah, okay. Gar nichts entnommen, Station 5. Mensch, das ist aber schade. Aber gucken wir einfach mal. Also es ist wirklich vollgepackt mit Dingen. Und wir gucken einfach mal rein, vielleicht im Schnelldurchlauf. Ich werde auf jeden Fall auch einen Vielleichtstapel machen. Und dann gucken wir einfach mal. Von Jakobs gibt es Kaffeekapseln. Ich habe leider keine Kaffeekapseln und trinke tatsächlich auch gar keinen Kaffee. Oder nur sehr wenig Kaffee. Dementsprechend lege ich das weg. Und das Ganze ist noch ein zweites Mal enthalten. Aber hier ist irgendwas komisch mit der Verpackung. Weiß gerade nicht, was hier falsch ist. Ich glaube, das gehört hier rein. Oder gehört das hier rum? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Verpackung irgendwie hier verwirrend. Äh, Moment. Also man findet den Kaffee ein zweites Mal. Dementsprechend nichts für mich. Und erkannt weg. Oh, und dann haben wir Tee. Okay, und zwar zweimal Tee. Also auch echten, losen Tee. Traditionen genießen. Friesisches Teehaus. Föhrer, Liebling, Früchtetee. Mit Erdbeeren, Hagebutter, Hibiskus, Apfel, Orange, Koriander. Nee, Korinthen. Minze. Das ist so weit weg. Erdbeer, Blättern, Lemongrass und Aroma. Und dann gibt es noch ein Föhr-Spezial-Rotbusch-Tee. Mit Lemongrass, Orangen und Zitronenschalen. Oh, ich liebe ja Tee. Das lege ich mal auf den vielleicht Stapel. Also Tee, da kriegt man mich ja immer. Dann haben wir hier ein Kartenspiel mit Einhörnern. Ja, ich glaube ganz niedlich. Aber wahrscheinlich eher nichts für mich. Dann gibt es Notizbücher. Finde ich auf jeden Fall schön. Allerdings seitdem ich mein wiederverwendbares Notizbuch habe, bin ich tatsächlich gar nicht mehr so Notizbuch-süchtig. Dementsprechend auch eher nein. Oh, sehr cool. Ausstechformen für Plätzchen. Weihnachten kommt bestimmt, aber eher nicht. Dann, was ist hier? Oh, Kerzen, die aussehen wie ein Haus. Also optisch auf jeden Fall richtig cool. Hat das hier... Ah ja, hier. Ja, Kerzen, die aussehen wie ein Haus. Auf jeden Fall cool. Aber ich düftle keine echten Kerzen. Dementsprechend eher nichts für mich. Dann ist hier irgendwas Harry Potter-mäßiges. Brauche ich mich gar nicht auszupacken. Ach, eine Harry Potter-Tasse. Oder was ist das? Ne, irgendwas stand da als Harry Potter. Muss ich mich jetzt verlesen? Wahrscheinlich. Ein gutes Buch ist jede Sünde wert. Die Tasse gefällt mir echt gut. Die ist sogar von beiden Seiten bedruckt. Ich glaube, die kommt mal auf den vielleicht Stapel. Die finde ich tatsächlich cool. Aber hatte ich jetzt nicht irgendwas mit Harry Potter gelesen? Ach nee, es hat getäuscht. Entschuldigt. Das ist hier der Buchstabe auf dem Wisch und Weg. Dann haben wir hier ein... Auch wahrscheinlich eine Kerze. Ach, also einfach eine Kerze. Ist das eine Gehkerze? Bücher online erleben? Keine Ahnung. Wie gesagt, Kerzen mache ich nicht an. Aber ich sollte es wahrscheinlich dann später mir merken, wo es eingewickelt war. Ja, schauen wir mal. Dann... Oh, was ist das Schönes? Ein Engelchen. Alles Gute. Congratulations. Ein Engelchen mit einer Torte. Das ist ja niedlich. Ich überlege gerade, wer könnte als nächstes Geburtstag haben? Ich glaube, das kommt mal auf den Fleischstapel, weil ich das echt süß finde. Was ist hier drin? Das ist so ein Umschlag. Was ist das? Gratis Rezeptheft. Das ist doch kein... Nee, Glühwein und Punschgewürz. Glühwein und Punschgewürz und Walnusshälften. Ah, das sind so Gewürze. Ja, nicht so meins. Ich bin da sehr wählerisch und nögelig, was Gewürze angeht. Daher darf das einfach mal weg. Dann noch ein Umschlag. Aktuelle Rabattcodes und Gutscheine dürfen ohne Gegentausch entnommen werden. Ich glaube, das schaue ich mir dann einfach in Ruhe an. Dann gibt es ein Urlaubsbuch. Das sieht natürlich super aus. Also gefällt mir gut. Aber Thema Notizbuch hatten wir gerade. Dann Nähen mit Bea Lena. Weltbildedition. Kann man da die Tasche nähen? Ah, tatsächlich mein kleines Extra. Es gibt... Also so sieht das aus. Und man kann scheinbar die Tasche nähen. Aha, ich bin gerade so... Spannend. Die Umhängetasche zum Wenden ist schlicht und von der Nähtechnik her einfach. Dafür aber umso vielseitiger. Aha. Und dann haben wir hier auch noch... Aha, aha, aha. Geldbeutel, Schlüssel, Ausweisentifeln. Ah, das passt hier alles. Also ich finde den Stoff tatsächlich cool. Ah, brauche aber wahrscheinlich keine Tasche. Und nähen, da bin ich auch nicht sehr gut. Ähm, ja, die paar Minuten Gute Laune kenne ich. Die waren mal, glaube ich, in der Trendraderbox drin. Äh, die habe ich damals verschenkt und weitergegeben. Werde ich jetzt wieder machen. Och, ein wunderbarer Film. Das Leuchten der Stille. Äh, ich habe den Film bestimmt schon, keine Ahnung, fünf, sechs Mal gesehen. Habe ihn selbst als DVD hier. Dementsprechend darf er weiter wandern. Aber das ist wirklich ein schöner Film. Und war, glaube ich, eine Buchverfilmung von Nicholas Sparks. Wenn ich mich jetzt nicht irritiere, ich glaube nämlich schon. Und ja, war ein schöner Film. Kann man sich auf jeden Fall einmal anschauen. Äh, was haben wir hier? Äh, Schrank, Schloss. Verschließt Schranktüren sicher vor Kindern. Klappt das auch mit Katzen? Das wäre natürlich super spannend. Ohne Mittelsteg, mit Mittelsteg. Aha, zum Öffnen und Schließen beide drücken. Das schaue ich mir mal an. Ich habe nämlich auch einen Schrank, den vor allem einer meiner Katzen gefühlt ständig aufmacht. Und das ist auch noch so ein Badschränkchen. Und das ist halt blöd, weil da auch Putzmittel und so drinsteht. Und ich gucke mir das mal an. Also auf die, die bin ich noch gar nicht gekommen. Aber das schaue ich mir mal an. Dann eine Sauce Hollandaise von Gefro. Von Gefro weiß ich, da hatten wir früher auch mal Suppen hier. Das wäre sogar eine vegane Sache. Und man rührt die einfach in Wasser ein. Ha, das landet man auf dem Fleischstapel. Dann, oh, was ist das? Das ist hier irgendwie so eingewickelt. Ist das eine Postkarte? Frau Frech und Herr Fröhlich. Also da scheint auch irgendwas zum Nähen zu sein. Das lege ich mal zur Seite. Das ist nichts für mich. Ach, Yogurette. Ach, ich liebe Yogurette. Und ich liebe gerade auch die Sommeredition mit der Buttermilch. Also ich muss sagen, ich habe gerade keine Yogurette zu Hause. Also mir wäre ja... Also ich gehe mal davon aus, dass das auch alles noch einigermaßen haltbar ist. Ja, ich glaube, die landet tatsächlich auf dem Fleischstapel. Mal gucken, was wir dann tatsächlich verhalten. Ja, ein Weihnachtsstern. Schöne Deko, aber nichts für mich. Dann hier etwas in Rot eingepackt. Das sind wahrscheinlich so Bröbchen. Von Vichy. Ach, ich weiß gar nicht. Ich glaube, die machen Tierversuche. Nehme ich mir nicht. Dann ist von Shiseido. Bin mir auch nicht sicher. Und auch eine Duftprobe. Ja, also ich bin ja sehr nägelig, was Kosmetik, Düfte und so angeht. Und dementsprechend, ja, ich würde jetzt auch nicht googeln, ob das tierversuchsfrei ist. Sondern das darf einfach so weiterziehen. Dann haben wir... Ach, das ist aber tatsächlich ganz süß. Mit so Sticky Notes. Ah, da habe ich früher sehr viel gearbeitet. So ein kleines Büchlein. Gerade als ich noch so diesem Filofax-Game drin war, habe ich das sehr viel verwendet. Heute nicht mehr so. Dann hier was sehr Schickes. Was man so aufmachen kann. Oh, sehr schön. Also tatsächlich richtig schön gemacht. Wie so ein Büchlein. Gefällt mir sehr gut. Aber ja, Notizbücher. Wir hatten es gerade schon. Ja, da bin ich aus dem Game so ein bisschen raus. Aber wir wollen ja nicht, dass es kaputt geht. Dann bin ich jetzt gespannt, was das ist aus Kork. Ist das eine Tasche? Ist das ein Rucksack? Das ist ja cool. Wahrscheinlich tatsächlich ein Rucksack. Aber tatsächlich auch ein bisschen umhandlich, wenn ich ehrlich bin. Aber finde ich nicht schlecht. Ich glaube, ich lege das mal auf den Vielleicht-Stapel. Finde ich auf jeden Fall spannend. Dann von Essence ein Gel-Look-Plumping-Topcoat. Ja, ich mag. Ich habe da wahnsinnig viele. Ich glaube, ich habe den auch. Wobei ich habe immer diesen schnell trocknenden von Essence. Ja, wer sich gerne die Nägel lackiert, kann das auf jeden Fall gebrauchen. Und dann haben wir hier Tee von Pukka. Oh, ich liebe Pukka-Tee. Und das ist der Nighttime Berry. Und ich weiß gar nicht, wie das jetzt beim Tee der Fall wäre. Ob man sich da einfach dreimal rausnehmen darf. Und vielleicht drei einfach reinliegt. Oder ob ich mir das ganz klaue und einfach andere Tees dazugebe. Ich glaube, ich werde hier einfach mal Anker fragen. Weil ich würde den tatsächlich super gerne probieren. Und ja, das auf jeden Fall mal testen. Ja Mensch, der Vielleicht-Stapel ist ja gar nicht so schlecht. Jetzt kommt ja Kater Sam. Der der Meinung ist doch, ich gucke jetzt mal in den leeren Karton. Aber der darf natürlich nicht mit. Schatz, jetzt hast du dich irgendwie mit dem Ding hier verheddert. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall mir die Sachen ein bisschen genauer anschauen. Auch mal überlegen, was ich vielleicht dann dafür auch einfach reinlegen kann. Dass das einfach auch fair bleibt. Und ja, dann alle auch was davon haben. Und werde auch mal in die Rabattcodes schauen. Von der lieben Anker und von dem Sammeltrupp. Und werde Anker auch mal nach dem Tee fragen. Und ja, ich denke, ich komme gleich wieder. Und zeige euch, was ich dann final rausgenommen habe. Und auch dafür reingelegt habe. So, ein paar Minuten später habe ich grob mir alles mal angeguckt. Was auf dem vielleicht Stapel lag. Auch der Kater hat hier genau beobachtet, was hier so passiert. Und ich denke, ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich rausgenommen habe. Also ich habe dreimal Puckertee rausgenommen. Und lege dreimal Mesmer Nordische Berry einfach dazu. Ich habe auch kurz mit Anker gequatscht. Dass wir da jetzt einfach so eine Tee-Tauschbox daraus machen. Also hier in dem Beutel. Und ich denke, das ist tatsächlich ein ganz guter Plan. Dann habe ich ja eine Tasse rausgenommen. Und lege einfach eine Tasse mit dazu. Die ich super schön finde. Aber eigentlich brauche ich keine Tassen. Aber ja, also sie ist natürlich auch frisch gewaschen. Und auch glaube ich nur einmal bisher benutzt worden. Grün ist nicht ganz so meine Farbe. Aber ja, habe ich geschenkt bekommen. Und ich glaube, es nimmt mir auch keiner übel, wenn ich die dann weitergebe. Dann nehme ich tatsächlich die zwei losen Tees heraus. Und packe dafür eine Tee-Box dazu von Rituals. Ich habe die eine Zeit lang mal gesammelt. Also da passt auch allerhand an Tee rein. Und ja, glaube, dass sich da auch einfach jemand freut. Ich habe da auch noch eine oder zwei daheim. Aber ich habe so viele Tee-Boxen. Und ich finde die tatsächlich richtig schön. Aber auch grün ist nicht ganz meine Farbe. Aber dementsprechend ziehe das weiter. Dann nehme ich mir die Joghurette tatsächlich heraus. Ist gar nicht so schlecht. Das hast du wieder hier gefunden. Und packe dreimal einen Cool Drink von Krüger hinein. Einen Sommershake. Minze-Schoko-Geschmack. War super lecker. Habe ich im letzten Jahr einige Male getrunken. Ich habe aber tatsächlich einige noch zu Hause. Sie sind auch noch bis nächstes Jahr haltbar. Also überhaupt kein Thema. Ich denke auch, dass ich meine Backups auf jeden Fall trinken werde. Aber so kann das auch mal jemand ausprobieren. Dann nehme ich mir auch raus diese Schrankschloss. Da das wirklich so jetzt in der Theorie super funktioniert hat. Und würde dafür einmal ein Toner-Spray hineinlegen. Ich glaube, das war auch mal in der Trendrader-Box. Balance & Preed. Und ja, das würde ich jetzt da zulegen. Nein, das war jetzt glaube ich verkehrt. Ich habe mich ganz eingewirrt. Dann nehme ich mir auch heraus, ja, tatsächlich die vegane Bolognese. Das finde ich tatsächlich einfach mal super interessant und freue mich drauf. Und würde dafür einen Funko hineinlegen. Eine Luna Lovegood aus dem Harry Potter-Universum. Ich bin ja ein kleiner Funko-Sammler. Hätte aber Luna dann einfach zweimal. Und das finde ich irgendwie ein bisschen doof. Und sie hat auch so coole Erdbeeren. Und vielleicht ist ja der nächste im Bunde sozusagen irgendwie ein Funko-Sammler oder ein Harry Potter-Nerd. Oder mag Luna Lovegood. Und ich denke, das passt auf jeden Fall ganz gut. Und als letztes nehme ich mir tatsächlich auch diesen kleinen Engel mit der Torte. Weil ich den so süß finde und schon genau weiß, wer den zum Geburtstag hat. Eine Mandarinen-Seife ein. Die ist handgemacht aus einer Manufaktur. Hier bei mir auch ganz in der Nähe. Und ich habe hier zwei, drei Seifen dieser Art geschenkt bekommen. Man braucht man aber eine Seife auf. Also ich verwende die wirklich nur so zum Händewaschen und zum Pinsel reinigen. Und ja, das ist jetzt hier Mandarine. Riecht auf jeden Fall lecker. Ja, ist auch ein schöner kleiner Handbetrieb. Also wirklich so eine Ein-Mann-Show oder eine Frau-Show. Und ja, kann hier auf jeden Fall dann auch ein bisschen geseift werden. Und ja, es war tatsächlich allerhand mit dabei. Worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe. Ja, ich glaube, ich hatte jetzt noch die Tasche vorhin mit draußen. Ja, die war mir einfach ein bisschen zu unflexibel. Deswegen habe ich die jetzt nicht mitgenommen. Aber ja, der Rest erfreut mich. Richtig war es ein bisschen gefunden. Ich trage das jetzt alles ein. Und dann macht sich das auch wieder auf den Weg. Und ich bin schon sehr gespannt, wie dieses Wander-Paket dann auch weiterhin seine Reise fortführt. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem All-In-Wander-Paket-Unpacking. Guckt gerne bei Anka vorbei. Wenn ihr vielleicht dann das finale Paket auch mal wieder sehen wollt. Oder sehen wollt, wie es dann auch wieder auf Reisen geht. Oder selbst dabei sein wollt. Findet ihr alles bei der lieben Anka. Und ja, ich danke, liebe Anka, dass ich mal wieder dabei sein durfte. Bei überhaupt einem Unpacking sozusagen beim All-In war es jetzt das erste Mal. Aber richtig, richtig cool. Also ich finde, meine Ausbeute kann sich sehen lassen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Eure Steffi. Und ich wollte euch noch mal gucken. U